Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Tomb Raider und ich bin tot in der ersten Dings-Egg. Gott im Himmel. Doch es ist doch frei oder? Das Tor ist doch frei oder? Wir können zwar noch mal interagieren. Ne, ist frei, natürlich. Wir haben beim letzten Mal oder gestern oder vorhin, wie gesagt, ich habe ja vorhin noch mal aufgenommen, haben wir das gemacht. Okay, ist alles wieder auf Anfang. Sehr komisch, aber wie komme ich jetzt hier runter? Ah, so komme ich hier herunter. Wir mussten das Tor aufmachen und es ist uns auch geglückt. Es war zwar doch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schwierig, gerade, wie gesagt, das mit dem, ja, zu wissen, wie das ganze Rätsel funktioniert, weil da steckt halt ein kleines Rätsel hinter. Aber ich denke mal, wir haben das, muss ich da runter? Ich glaube, ich muss runter, ne? Ne. Ich muss hoch. Ähm, oh oh. Was ist denn los? Da schießt ja schon wieder einer. Wir nehmen mal unsere Puppgun. Huh, huh, huh. Nicht gut, nicht gut. Über den Dächern der Kathedrala, der Familia. Alter. Das war eine scheiß Explosion. Oh, Jungs. Wollte mich wirklich verarschen. Sehr schön. Weiter geht's. Das ist die Frage, wohin? Da. Unten welche? Oh, wo sind welche? Ach, da unten ist einer. Ach, komm. Trotzdem Maschinenpistole auswähle, bitte. Da kommt bestimmt was, Alter. Los, lauf, 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 lauf. Aber wenn da was kommt, da kommt was. Und wir sind durch die nächste Tür durch. Alter, folgen jetzt hier immer drei Türen, oder was? Oh, es fällt wieder alles zu sich zusammen. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Scheiße, ist unter mir der Boden weggesackt. Ja, gut, kann passieren. Weißt du, das komische ist ja, dass die Unsterblichen... Ah, ich muss so lange warten, bis das umkippt. Ah, sag mir das doch, Mensch. Lara, du kannst auch sehen, oder? Jetzt aber, komm. Jetzt machen wir das. Nein, 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 das zählt nicht. Hä? Auf eine Art zählt das ja nicht, ne? Würde ich nur mal so, so angemerkt haben. Alter. Komm, beeil dich. Jo, 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 jo. Mach dir mal. Waren da noch welche? Ach da. Ach, jetzt wirklich? Komm. 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 Kommt der eigentlich hier hoch? Ja, der kommt hier hoch. Dann geh ich wieder runter, Junge. Ich hab was Besseres zu tun. Als mit dir zu kämpfen, ey, ganz ehrlich. Ja, da musst du wirklich runterkommen. Ich komm, ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Wer wär ich denn, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, hä? Seh ich so aus? Und tschüss, Baby. Und tschüss, Baby. Kommt. Ja. Ja. Da mal einen hin. Und da noch. Oder so. Ah, hätte ich da rüber gemusst. What the fuck? Alter, das ist nicht mehr schön. Boah. Jetzt kommt. Ah, sehr nice. Da muss ich gar nicht lang. What? Wo muss ich denn da lang? Ah, ich muss nach oben. Nja, dacht mir das doch. Sehr schön. Trotzdem gehe ich hier mit Dings lieber hier durch. Ist einfach sicherer. Okay. Ah, okay, ich muss. Muss ich da hoch? Ja, ich muss. Ja, man muss immer nach oben. Also nach unten habe ich glaube ich noch nie so richtig gesehen, dass man nach unten muss. Alter, komm. Ah, ein bisschen mehr Anstrengung. Okay, warte. Ach so. Man muss. Es ist ganz wichtig in den Laira spielen, habe ich gemerkt. Also auch wenn ich es ab und zu auch nicht mache. Sich wirklich. Äh, das anzugucken. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich muss da lang. Äh, wo man her möchte. Wie gesagt, wenn Stress ist, klar, wenn man jetzt beschossen wird. Ey, ohne Spaß. Da wird man glaube ich nie drauf kommen, großartig sich da Ruhe zu lassen. Och nö. Ich hasse das ja mit den Fallen, ey. Ganz ehrlich. Das ist der letzte Heul-Kack-Dreck. Muss ich da hoch? Ah ne, ich muss da rüber dann. Ah, da kann ich ja gleich noch schießen. Okay. Eins. Zwei. Und jetzt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, ich muss da rüber. Ah, okay. Easy. Oh, oh. Äh, äh, äh. Boah, Alter, habe ich mir gar nicht angeguckt. Guck dir das mal an. Ist das nice. Oh, ist das nice. Sehr nice, wirklich. Oh. Und ich bin Tarzan. Ist wie Tarzan, ja. Das ist die Mary Jane. Nee, Mary Jane. Wie ist die Nummer von Tarzan? Seine, seine Frau. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, jetzt ist ja die Frage, wo muss ich jetzt lang? Hätte ich noch weiter nach höher gemusst. Ja, doch. Klappt aber. Ich weiß gar nicht, ob bei solchen Aktionen auch die Pfeile weniger werden. Das weiß ich wirklich nicht. Mal ein paar Brandpfeile gemacht. Nee. Okay. Bin ich leider zu weit rechts gesprungen. Da war keine Angriffsfläche mehr. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Ich kann mich sogar hinsetzen. Nice. Jetzt können wir erstmal kurz unsere Sachen hier verbessern. Was ist das? Was ist wichtig? Der Bogen ist wichtig eigentlich. Oder? Griffumwicklung. Okay. Der umwickelte Griff verbessert die Handhabung des Bogens und ermöglicht eine schnelleren Zielgeschwindigkeit. Hm. Komm. Nimm mich doch mal. So. Dann. Waffen habe ich. Das nicht. Fähigkeiten. Vier Stück. Sehr nice. Jetzt ist, glaube ich, Kampf am wichtigsten. Erleiden sie nach einer erfolgreichen Lautes und Kill-Kurzheit. Okay. Das war nicht so toll. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindliche Beschuss. Defekt. Das nehme ich mal. Und erlegen sie aus, weil ich konnte Feinde ohne Rüstung durch. Cool. So. Jetzt will ich mal kurz nochmal Überleben noch gucken. Äh. Überlebens-Instrategie, Dokumente, Mund und Leid. Das war hier. Feuer, verbessere Feuerpfeile. Genau. Und erhöhen sie große Dauer an Giftwolke, die durch den. Äh, nee. Sprengstoff. Ist auch noch. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Habe ich das jetzt gemacht. Sehr nice. Na gut. Dann würde ich aber sagen. Oh, das ist eine Küste. Wir sehen uns morgen Abend wieder. 18 Uhr. Schaltet ein. Rise of the Tomb Raider. Und ja, dann bis morgen Abend. Tschüss. Tschüss.